Ich arbeite hier in der Kita-Mehringstraße und leite die Einrichtung. Die schönsten Momente bei der Arbeit mit den Kindern sind eigentlich, klar das hört sich wieder so kitschig an, aber wenn man halt sieht, die Kinder haben Spaß oder wenn die Eltern am nächsten Tag kommen und davon berichten. Kinder zu sehen und begleiten zu dürfen, die Fortschritte zu sehen, das zeigt mir immer wieder, ich habe den richtigen Beruf gewählt, weil das gibt mir auch noch mal ein Glück, weil Lebensfreude. Wir stehen in so vielen Möglichkeiten offen an Weiterbildung, Fortbildung. Ja, meine Einrichtung unterstützt mich, wo sie nur kann. Wir sind ein sehr gemischtes Team aus Männern und Frauen und das harmoniert hier einfach sehr gut, sodass hier auch gelacht werden darf und gelacht werden soll. Jeder soll Spaß an der Arbeit haben. Wir versuchen so viel wie möglich mit den Kindern auch die Lebensumwelt zu erkunden. Freude ist das Wichtigste, was man mitbringen kann. Interesse und Spaß an der Arbeit. Geduldig und gerecht jedem Kind gegenüber treten, egal wo es herkommt, egal was es hat. Eine Menge Liebe ist erforderlich. Eine Menge Liebe ist erforderlich. Eine Menge Liebe ist erforderlich. Eine Menge. Eine Menge.